1 So willkommen zum lauf 23 sieben am 23 in der 0. Matej kusik in lane number 1 auf der 1 thomas peine in lanes Man, sorry thomas pain of course in lane number 2 auf der 1 2 timo zwysik in lane number 3 auf der 1 3 provilas straxas in lane number 4 auf der 1 4 oscar kopecki in lane number 5 auf der 1 5 Martin siegmund in lane number 6 auf der 1 6 mattes taba in lane number 7 auf der 1 7 jacek solski in lane number 8 auf der 1 8 leon fischer And on lane number 9 auf der 1 9 in luka linsalata Und schon mal der hinweis um 11 uhr wird eine autogramm stunde mit Adam piti und lasso c im eingangsbereich stattfinden wir würden uns freuen wenn ihr alle mal da vorbeischaut Und wir kommen zum lauf 24 sheet number 24 in lane 0 pavich contra 1 in lane number 1 auf der 1 1 kaspar Per zankowski in lane number 2 auf der 1 2 alexander kuhnert in lane number 3 auf der 1 3 vladimir stefanik in lane number 4 auf der 1 4 nixer zolkowski in lane number 5 auf der 1 5 sam horrocks in lane number 6 auf der 1 6 Robin buckhaus in lane 7 auf der 1 7 tobias zaijus in lane number 8 auf der 1 8 roger kuhnert in lane number 9 auf der 1 9 e-mails ponen And if you want to have an autograph of laszlo c or adam piti you can get it at 11 o'clock at the entry of this diving and swimming hall Und weiter geht es gleich mit wettkampf nummer 17 event 17 50 meter pressed women 50 meter brust der frauen preliminary heat and here we start with heat number 21 Der erste lauf ist hier der lauf 21 Und wir haben schon mal eine bitte Wie ja viele wissen berlin möchte gerne die olympischen spiele in diese stadt holen Und steht da heute im wettbewerb mit hamburg oben in der eingangshalle Da gibt es wenn man Hineinkommt in die empfangshalle rechts eine große unterschriften wand die wollen wir mit möglichst vielen unterschriften füllen Und sie heute abend dem präsident des berliner sportverbandes überreichen Also unterstützt uns da tatkräftig geht mal vorbei und verewigt euch dort danke Bitte cigar silver Ja 知er Und es geht gleich weiter mit Lauf 2, Heat No. 2, in Lane 0, auf der Bahn 0, Matthias Zack, in Lane No. 1, auf der Bahn 1, Daniel Deikrosch, in Lane No. 2, auf der Bahn 2, Theo Österreich, in Lane No. 3, auf der Bahn 3, Makai Zaczek, in Lane No. 4, auf der Bahn 4, Barnabas Koch, in Lane No. 5, auf der Bahn 5, Robby Naumann, in Lane No. 6, auf der Bahn 6, Daniel Dobre, in Lane No. 7, auf der Bahn 7, Gajan Gizek, in Lane No. 8, auf der Bahn 8, Bartosz Stefanowski, in Lane No. 9, auf der Bahn 9, Max Christoph Hennel. Untertitelung des ZDF, 2020 Und wir kommen zum Lauf Nr. 3, Heat No. 3, in Lane 0, Bottosz, in Lane No. 1, auf der Bahn 1, Michael Cliaras, in Lane No. 2, auf der Bahn 2, Makai Motsur, in Lane No. 3, auf der Bahn 3, Ratzwan Rath, in Lane No. 4, auf der Bahn 4, Matthias Fossern-Gundersen, in Lane No. 5, auf der Bahn 5, Vincenzo Puppa, in Lane No. 6, auf der Bahn 6, Agmund Rieser, in Lane No. 7, auf der Bahn 7, Linus Launhardt, in Lane No. 8, auf der Bahn 8, David Russo, in Lane No. 9, auf der Bahn 9, Kamel Kartelek. Außerdem haben wir Finalqualifikationen für die 50 Meter Freistil der Frauen und hier beginnen wir im Jahrgang 2003, disqualifiziert, für die 50 Meter Freestyle Final. Age Group 2003, Sabine Krupkova, Atanasia Diamanti, Helena Marisa Hornig, Amelie Schmidke, Sophie Schmamschmidt, Eva Maluka, Jenny Gräf, Carolina Pankovtova, Rebecca Stefanie Roos, Maria Buklacki, Substitute Swimmers, Tessa Simon, Leonie Grundke, Mara Gelner. Time to withdraw till 11.19, I'm sorry. Und es geht weiter mit Lauf Nummer 4, Heat No. 4, in Lane 0, Finn Sesemann, in Lane No. 1, auf der Bahn 1, Kai Hagen Kreisky, in Lane No. 2, auf der Bahn 2, Jan Rune Bödecker, in Lane No. 3, auf der Bahn 3, Florian Doletschki, in Lane No. 4, auf der Bahn 4, Sintre Kampen-Nesheim, in Lane No. 5, auf der Bahn 5, Konstantinos Skautas, in Lane No. 6, auf der Bahn 6, Jan Zupik, in Lane No. 7, auf der Bahn 7, Denis Boca, in Lane No. 8, auf der Bahn 8, Ilyas Kunanoff, in Lane No. 9, auf der Bahn 9, André Dusha. Und wir haben noch die qualifizierten 5,50 Meter Freistil der Frauen in den Jahrgängen 2001 in 2002. Qualifizierten sind Anna Daskal, Banora Tomanova, Amelie Söbi Mortensen, Wilma Ura, Bora Balicay, Sünn-Holften-Eltheim, Alexandra Aalt, Jara-Sophie Hierath, Miriam Schulze, Mathilde Hager, Substitute Swimmers sind Caroline Barrett, Thalia Toffert und Milla Sperlich. Und es geht weiter mit Lauf Nummer 5, in Lane No. 5, in Lane 0, Modestai Romanis, in Lane No. 1, auf der Bahn 1, Christina Fiskirchen-Nielsen, auf der Bahn 2, in Lane No. 2, Antne Wicken-Reweset, in Lane No. 3, auf der Bahn 3, Markus Scholz, in Lane No. 4, auf der Bahn 4, Daniel Swarovski, in Lane No. 5, auf der Bahn 5, Kjetil Haibad, in Lane No. 6, auf der Bahn 6, Philipp Simcoe, in Lane No. 7, auf der Bahn 7, Mihai Komster, in Lane No. 8, auf der Bahn 8, William Biverus und in Lane No. 9, auf der Bahn 9, Linus Kellys. Wir haben außerdem die qualifizierten Schwimmer für die Jahrgänge 20 und 1999, 15 Meter Freestyle Women Qualificance, Age Group 1999 and 2000. The Qualified Swimmers are Barbara Semanova, Josefine Tesch, Leonie Kullmann, Diana Reus-Wüte, Amy Grant, Alexandra Reistranden, Lina Marie Barr, Hilmar Ramden, Hedda Oitzland, Nifli Dracopoulou, Substitute Swimmers are Lowa Andersen, Anna Karpina, Neringa Jagdmünter, mit Probe till 1.23. Und es geht weiter mit Lauf Nummer 6, Heat No. 6. In Lane 0, auf der Bahn 0, Lukas Schröder, in Lane No. 1, auf der 1, Tim Kweiss, in Lane No. 2, auf der Bahn 2, Matta Simeon, in Lane No. 3, auf der Bahn 3, Björn Hoffmann, in Lane No. 4, auf der Bahn 4, Adrian Vitalia, in Lane No. 5, auf der Bahn 5, Tobias Trinka, in Lane No. 6, auf der Bahn 6, Christian Groth-Dürkorn, in Lane No. 7, auf der Bahn 7, Mattausch Störcki, in Lane No. 8, auf der Bahn 8, Julio Czinski, und in Lane No. 9, Matthäus Gallvoll. Außerdem haben wir noch die Finalqualifikationen für die 50 Meter Freistilfrauenjahrgänge. 1998 und älter, Qualifikanz 15 Meter Freestyle Women, age group 98 and older, Qualifikanz Swimmers are Birgit Koszysek, Anna Dieterle, Rebecca Guy, Anastasia Kuskaya, Anna Dorfgert, Jenny Lahl, Nicola Petrica, Maria Thompson Clausen, Harriet Cooper, Emily Lofberg, Substitute Swimmers are Melinda Novosat, Alida Ramden, and Oliva Vorbel. Time to withdraw till 30, 25. 5 6 7 8 8 8 9 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 10 10 11 12 13 14 14 15 15 15 12 15 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 Die Qualifizierten für das nächste Finale 50 freistillt In Lane 8, in Heat No. 8, Lauf 8, Bahn 0, Victor A. Lane 1, Toro Johansen, Lane 2, Balin Szabo, Lane 3, Paul Schmidt, Lane 4, Jonas Barstadt, Lane 5, Danilis Goroninic, Lane 6, Malte Fischer, Lane 7, Johann Alderbring, Lane 8, Martin Volt und Lane 9, Janis Varsavanitis. Heat No. 9, Lauf 9, Bahn 0, Matej Dusa, Lane 1, Bahn 1, Ramantas Silvizova. Lane 2, Bahn 2, Lasse Reichstahn, Lane 3, Bahn 3, Patrick Levkovski, Lane 4, Bahn 4, Philipp Stahn, Lane 5, Bahn 5, Joachim Blindheim-Stor. Lane 6, Bahn 6, Bjarne Hohfeld, Bahn 7, Lane 7, Karl Friedrich Bengtsson. Lane 8, Bahn 8, Irisco Dragos-Alexandro und Lane 9, Kirill Lammert. Und wir haben weitere Qualifizierte. Das nächste Finale, Next Final Qualificant. Erik Brandt, Andreas Kahrs, Elmgren, Ricardas, Miki Vizius, Daniel Kertes, Sebastian Trulberg, Björn Seliger, Robert Chilberg, Edgares Putzmies, Nassan Bennett, Balasch Rollo. Substitutes Ersatzschwimmer sind hier. Carlo Sepennen, Johanna Bragason und Rinald Bukitis. Untertitelung des ZDF, 2020 Hit Nummer 10, Lauf 10, Lane 0, Oskar, Rasmussen, Lane 1, Dorin Gombos. Lane 2, Alexander Spilde, Lane 3, Jakob Lahodam, Lane 4, Bote und Ulrich, Lane 5, Johannes Kalefik, Lane 6, Pius Kalindra, Lane 7, Patrick Slatic, Lane 8, Birga Bradley and Lane 9, Philipp Chen. The next Final Qualificants are die nächsten Final Teilnehmer. Thomas Puchli, Ben Schwietert, Arvis Aigas, Mika Persson, Danilis Bobrovs, Marius Naigat, Peter Fredriksen, Sultan Monori, Tobias Nistoy und Erik Hindrop. Ersatzschwimmer Substitutes sind Ugo Cedarwall, Dorian Fazekas und Roberto Custo. Jonas, wann gehst du essen? ARD. AT&T Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Kott. Vielen Dank. Auf der Bahn 5 Christian Suchomehl in Lane 6 auf der Bahn 6 Martas Lataitis in Lane 7 Bahn 7 Johann Lein Allin in Lane 8 Bahn 8 Leon Stahn in Lane 9 auf der Bahn 9 Tamas Farkas. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Auf der Bahn 5 auf der Bahn 5 auf der Bahn 6 Bahn 6 Johann Olaf Badbrück in Lane 7 auf der Bahn 7 Alexander Lordan in Lane 8 Bahn 8 Bengt Fang und in Lane 9 Alexey Pankratov. Vielen Dank. 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 Ricard Ricard in Lane 8 auf der Bahn 8. Ricard in Lane 8 auf der Bahn 8 Dusan Miku in Lane 9 auf der Bahn 9 Erling Syverson Lee. Vielen Dank. CEZB3 Hal 5 Hit Nr. 15, Lauf 15, Lane 0, Bahn 0, Matthias Engström, Sandstuhl, Lane 1, Bahn 1, Viktor Ahn, Nesen, Lane 2, Bahn 2, Markus Ottosson, in Lane 3, Bahn 3, Isaac Larsson, in Lane 4, auf Bahn 4, Oskar Nilsson, in Lane 5, auf Bahn 5, Thomas Schmicker, Lauskas, in Lane 6, auf Bahn 6, Akos Kalmar, in Lane 7, auf der Bahn 7, Sandrum, Hitzai, in Lane 8, auf der Bahn 8, Titus Wallis, in Lane 9, Oestein, Owebro. Hit Nr. 16, Lauf 16, Lane 0, Bahn 0, auf der Bahn 0, Patrick Dow, auf der Bahn 8, 1, Lane 1, Jonas Skirpan, in Lane 2, Oskar Olsson, in Lane 3, Ludwig Tesma, in Lane 4, Markus Kindberg, in Lane 5, Johan Henschel, in Lane 6, Nasan Bent, in Lane 7, Manis Atanapolo, in Lane 8, Carlo Sippenen und in Lane 9, Bahn 9, Vize Wanninge. Und Sabina Krumkova. Time to withdraw for the 100m Butterfly Women B-Final is till 30.42. And we are going on with feet number 17, Lauf Nr. 17. In Lane 0, Bahn 0, Edgares Putchmys, Bahn 1, Lane 1, Matas Tammolinius. In Lane 2, Bahn 2, Nicky Carlson, Lane 3, Bahn 3, Erik Brand, Lane 4, Bahn 4, Christian Nygard Solvik. In Lane 5, Bahn 5, Daniel Kertus. In Lane 6, Bahn 6, Joshua van den Elsen. In Lane 7, Bahn 7, Adam Fedorczak. In Lane 8, Bahn 8, Thomas Ruzzi. In Lane 9, Hans Mollback-Petersen. And we have the qualifications for the 100m Butterfly Women A-Final. Die Qualifizierten für die 100m Schmetterling Frauen im A-Finale sind Alexandra Wenck, Daniel Lauf, Emily Smithhurst, Rachel Leafly, Dalmar Sebastian, Emily Laufberg, Lisa Hüpping, Sarah Jo, Hannah Roswald, Janine Roggenbruck. Substitutes bzw. Ersatzschwimmer sind Emily Olsen-Backe, Jade Völzke und Petra Hallmey. In Lane 6, Bahn 0, Benas Savicius. In Lane 1, Bahn 1, Konrad Czak-Czak-Czak-Czak. In Lane 2, Bahn 2, Erik Hinderdopp. In Lane 3, Bahn 3, Urs Bludau. In Lane 4, Bahn 4, Joel Falk-Hanson. In Lane 5, Bahn 5, Vlad Julkio. In Lane 6, Bahn 6, Thomas Celikowski. In Lane 7, Bahn 7, Kamran Javarov. In Lane 8, Bahn 8, Frederik Olofsson. In Lane 9, Bahn 9, Alexander Switlik. And in a few minutes we will start with the Victory Ceremony 100m Butterfly H-Group 2001 and 2002 and 2003 and 2004. Für die Siegerung halten sich bitte sich bereit Jade Völzke, Caroline Barrett, Regice Gjart, Sabine Kupkova, Leonie Krundke und Emily Roloff. Und Hit No. 19, Lauf 19, Lane 0, Bahn 0, David Bartaki. In Lane 1, Bahn 1, Alexander Almeidas Sundeli. Auf der Bahn 2, Lane 2, David Lakatos. In Lane 3, Bahn 3, Soma Baratschai. In Lane 4, Bahn 4, Gergle Harsani. In Lane 5, Bahn 5, Robert Kusto. In Lane 6, Bahn 6, Marcel Cardo. In Lane 7, Bahn 7, Philipp Schrapavi. In Lane 8, Bahn 8, Clemens Spitzold. In Lane 9, auf der Bahn 9, Yahuni Buzhan. Siegerung der Jahrgänge 2003 und 2004. Dritte wurde Emily Roloff. 2nd in Winner of the Silver Medal, Leonie Krundke. Und erste, 1st in Winner of the Gold Medal, Sabine Kupkova. Congratulations! Hit No. 20, Lauf 20, Lane 0, Bahn 0, Fabian Steen. Bahn 1, Lane 1, Steffen Wilks. Lane 2, Bahn 2, Antoni Ewitz. Lane 3, Bahn 3, Markus Hektveit Lüffel. Lane 4, Bahn 4, Mischko Palmi Kukilko. Lane 5, Bahn 5, Paul Zellmann. Lane 6, Tomoeic Zenit Mulder Havas. Lane 7, Messu Stevenson. Lane 8, David Schweditzki. Lane 9, Barnabas Chonka. And the victory ceremony, H-Cube 2001 and 2002. 3rd in Winner of the Bronze Medal, Regice Gertz. 2nd in Winner of the Silver Medal, Caroline Barrett. And 1st in Winner of the Gold Medal, Jade Völzke. Congratulations! 2nd Winner of the Shadow Medal,ох-Politik. And the victory ceremony, Regice Gertz. In Lane 1 Bahn 1 Jakob Sauer, in Lane 2 Bahn 2 Jocheny Dubovic, in Lane 3 Bahn 3 Ivan Andrinonov, in Lane 4 Bahn 4 Grunde Mürer, in Lane 5 Bahn 5 Philipp Dolk, in Lane 6 Bahn 6 Mika Persson, in Lane 7 Bahn 7 Ivan Bieland, in Lane 8 Bahn 8 Alexander Rekos und in Lane 9 Bahn 9 Ole Mikal Flockstad. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.